Bum 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 Ja hallo und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch Part Nummer 123 Ja in dessen Part haben wir den Captain Karon glaube ich hieß er, ja, besiegt und haben auch festgestellt, dass hier ab Stufe 3 schon Mama Ora zu finden ist und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich hab's geschafft, ich habe das Item bekommen zeige ich euch gerne mal hier, erstmal rüber scrollen, diese 1000 Pokale hier da haben wir den Gold Tofu Ritierter Tofu aus Gold, für Yo-Kai, die beides mögen Okay, sieht zwar mehr aus wie, ja, keine Ahnung ich will gar nicht wissen, ob es aussieht, auch irgendwas Gold nehmen, aber nicht nach Tofu Ja, und für euch, wenn ihr die Mama Ora farmen wollt hier die Yo-Kai, die hier rumwuseln da gibt's ja auch die, äh, diese blauen Oni-Misch, also ich hab ich den Namen vergessen also dieser, dieser kleine Oni, der hier, äh, immer so, so kriesgrimmig überall reinblickt ich zeig euch einfach mal für die Leute, die vielleicht das Spiel nicht so gut kennen kann ja immer mal wieder sein ähm, mhm, mhm so, Medallium wo haben wir also dann? hier, der hier wenn ihr den seht, dann kann man da auch mal gegen den kämpfen weil da taucht öfters mal auch Mama Aura auf ich hab jetzt Mama Aura so um die 15 Mal besiegt, so circa es ist dabei nur einmal, ähm passiert, dass dabei halt ein goldener, eine goldene Seele aufgetaucht ist aber da war halt leider nichts drin, außer halt Geld und, ähm, ich hatte auch, wenn ich Mama Aura finde oh, das ist auch gut hier, ja wenn ich Mama Aura finde dann gibt's immer die Möglichkeit, dass, äh, da auch zweimal Mama Aura dabei sein kann was natürlich dann die Chance verdoppelt dass halt das getroppt werden kann aber ich hab's halt nur bei einer bekommen so, jetzt weiß ich, kann mich ganz vergessen was Thunamuda brauchte achso, der wollte ja dieser, genau den sehen wir eigentlich auch relativ selten aber dann doch häufiger als gedacht wenn ich, glaub ich, wenn ich den gesucht hätte ich den vermutlich auch schon gefangen aber noch ist es nicht der Fall so, nehm das einfach mal mit natürlich auch hier wird der Nachteil dass ich jetzt wieder, äh, ähm Schnucki-Putz nicht dabei habe aber wenn ich halt die Chance habe oh, Chris Kampa ist sehr schwach gegen Elektro sieht man schon mal aber ich bin eh grad auf dem Weg zurück um mich wieder zu heilen und auch zu speichern, vor allem aber wenn wir jetzt noch den mitnehmen können warum nicht? so wobei wir können ja auch einfach mal Mama Auras Fähigkeit benutzen dann passen wir das auch mal ein bisschen ich bin immer noch am überlegen ob das auch Sinn macht bei den, ähm, bei den Ultisees die keine Fähigkeit darstellen also die keine, keinen Schaden oder sowas machen ok, sein, äh, Fusionseinhaber wird es gleich wieder bekommen ok, Chris Kampa darf nicht leben alles klar, egal so, und dadurch stimmt, ja ich vergesse es jedes Mal wenn, dadurch, wenn halt, das, äh wenn die Seen aufgetauscht ist und das eh kein Herz ist dann kann ich auch gleich vollgeben ok, der macht gut Schaden mit Elektro, muss ich sagen so allgemein jetzt mal abgesehen davon dass, äh das ja Element Schaden ist man merkt halt schon mal Schaden mehr als bei den Bossen das ist so der gerade Gedanke dabei so, alles klar das ist auch gut das ist auch ein gutes Training muss ich halt ehrlich sagen dadurch, dass ich die, äh ja, ok, leider nicht mehr bekommen dadurch, dass ich die Yokai, ähm jetzt ein paar Mal hab verprügelt sind natürlich auch noch ein paar Level gestiegen was natürlich auch sehr gut ist und, ja ich bin ansonsten für den Rest vom Inferno dann noch gespannt aber heute ist auf jeden Fall der Plan dass wir jetzt endlich gegen Kyuubi kämpfen und da bin ich auch mal sehr gespannt weil das war jetzt eigentlich etwas Schwieriges zu bekommen wenn man so will also dass man eigentlich im Prinzip wirklich ins Inferno muss damit man dann gegen ihn kämpfen kann vielleicht hatte ich auch bei den anderen items auch nur Glück war vermutlich für Action nur Glück als ich da den Fächer gefunden habe und auch dieses ähm die Blume war das dann noch und irgendwas haben wir noch gefunden gehabt damit halt diese Oberwelt Mini Yokais gegen uns kämpfen wollten und ja und dann war halt das Tofu war dann halt genau das Item was man natürlich dann äh ja vermisst dabei so ähm einmal Tagebuch noch das Yokai wechseln weil ich möchte natürlich hier ähm Kriegskamers nicht unbedingt dabei haben wenn es ums Kämpfen geht ähm so einmal wechseln und unseren Oberkastellan genau so und dann geht es erstmal in die Schule hier zurück nur im Spiel manche Leute manche Leute sind ja froh wenn sie frei haben wir müssen in die Schule aber ich glaube ich muss in der Nacht rein gell an die Quatsch Quatsch stimmt doch gar nicht was labber ich das war ja nur der Anfang der Quest also für die Leute die die Quest machen wollen in der Nacht oben auf dem Dach ist die ist Kiyube der dann einem die Quest gibt und dann muss man zum Waldberg schreien und da halt nochmal dieses Fest äh triggern also dass wir da einfach sozusagen in die Vergangenheit reißen weil dann da Kiyube auf einen wartet dann können wir auch hier nochmal ganz gemütlich speichern einfach nur weil wir es können dauert ja auch nicht so lange so der andere Spieltag bei dem dauert das äh speichern mal eben äh eine halbe Minute oder sowas aber hier ein paar Sekunden passt so ich denke mal auch dass ich nicht so das Problem haben werde gegen ihn zu kämpfen weil wir haben schon gegen Inferno-Bosse gekämpft deswegen gehe ich mal davon aus dass das passt und maximale Fits war ja auch bei mir machbar dass jetzt kein Jukai mehr gestorben ist aber wer weiß wie wie Kiyube abgeht ja das ist natürlich eine andere Sache hast du ein Geschenk mitgebracht Gold Tofu mag ich besonders gerne ja dann müssen wir das auch nur einmal geben weil das wäre schon heftig und ich gehe mal davon aus dass er auch sofort mitkommen wird ja gerade weil das jetzt so ein besonderes Quest Item ist oh danke sehr jetzt kann ich wohl ein bisschen mit dir spielen dann bin ich mal gespannt ob du so er hat Doppelmann als Helfer dabei ja gut okay wie er halt meint ja müssen wir behaupten so erst mal uns buffen hier ich meine auch wenn wir gut Schaden machen man soll natürlich trotzdem niemals erwarten dass gleich der Kampf super easy sein wird das sollte man eigentlich nie ich meine seit die Doppelmann haben HP sieht man ja gerade einziger Unterschied ist natürlich dass Golden Jan auch gegen gewisse Element Schaden halt reduziert ist ja die haben Leben also die Doppelmann haben auch Leben das ist das merkt man gerade richtig aber gerade deswegen die zuerst platt machen damit die halt auch dass man halt sozusagen selber häufiger angreifen kann und nicht zu sehr gegen heilen muss aber wobei der Schaden eigentlich noch machbar ist muss man echt sagen der ging daneben so warum ich habe übrigens die Kombi am liebsten irgendwie weil Holler halt die Geschwindigkeit erhöht und ja durch den Buff die die alle haben wird dann auch noch ja wird halt sozusagen der Speed nochmal doppelt geboostet das ist so der Gedanke wo man eigentlich echt sagen muss wenn man halt wirklich bis zur Stufe 3 runter spielen muss dass man diese 3 Bosse vorbezieht im Inferno dann muss man sowieso schon stark genug sein und dann dürfte der Kampf so oder so kein Problem sein das ist halt auch der Gedanke den ich halt habe dass im Grunde der Kampf jetzt nur noch dafür existiert dass halt gesagt werden kann okay er möchte noch einmal gegen uns kämpfen aber im Grunde will er einfach mitkommen wenn man so will kann es übrigens ruhig öfters geben einfach Yo-Kai kämpfe bei dem man wirklich sagt man muss ihn nur besiegen und dann kommen sie mit da bin ich auf jeden Fall auch auf den zweiten Teil gespannt wie es da ablaufen wird schaffen wir mal können einfach mal seine Fähigkeit auch noch einsetzen dass sie vielleicht noch ein bisschen gelevelt wird so KP halber okay alles klar wie gesagt das geht an sich wenn man halt so krasse Healer dabei hat da kommt halt der Schaden nicht hinterher das ist halt wirklich das das hat auch ein bisschen Geschwindigkeit weil wenn Holab Bock hat einfach zweimal healen wenn es nicht reicht ich merke auch irgendwie immer wieder also so in den meisten Fällen dass gerade der Elementschaden das ist was einen am meisten Schaden macht allgemein weil man dadurch nicht durch die Defense das verbessert also halt nicht ganz sondern halt eher zum dazu zählt dass man vielleicht ein Item dafür benutzt aber jedes Item was halt den Schutz erhöht da haben wir ihn tut auch gleichzeitig die normale Verteidigung reduzieren und dann ist natürlich der andere Gedanke macht man lieber das eine oder das andere was mir so gerade einfällt ich müsste auch mal unbedingt den Yokai hier ui der gibt aber auch gute Erfahrungspunkte insgesamt 17.000 wenn man gegen ihn öfters kämpfen könnte dass ich halt den Yokai die ich jetzt noch neu habe dass ich denen vielleicht noch ein paar Tanzschritte oder sowas beibringe dass sie halt andere Animationen haben das könnte ich heute auch noch machen ja ah gar nicht schlecht du hast offensichtlich einiges an Kraft erlangt aber jetzt halte ich mich nicht mehr zurück komm noch einmal ah war nur ein Scherz danke für dein Gold Tofu ich hätte kein Problem damit gehabt bin ich ganz ehrlich äh wenn du zukünftig meine Stärke benötigst ruf mich einfach Kyuubi ja für die Stimme passt überhaupt nicht zu ihm ich bin ein Kyuubi aber ich bin doch eigentlich ein anmutiger Yokai egal so kein Namen geben aber schön dass wir ihn jetzt auch haben ja natürlich immer lustig wenn man halt sozusagen seine bessere Version in Anführungszeichen schon vorher hatte ach er war auch noch einer von den ah ok wir haben jetzt äh noch ja wir haben jetzt sogar noch ein äh ein Siegel gebrochen ja gleich mal Siegel gucken ich bin auch mal gespannt ich hätte es gar nicht damit gedacht äh gerechnet bin ich ganz ehrlich na Thunfisch oder was anderes Thunfisch ja Kleinigkeit halt aber jetzt haben wir damit auch jede Quest geschafft und was will ich auch noch dazu sagen also ich kann es gerne noch mal zeigen hier Informationen es gibt ja 111 Quests und ich habe jetzt 111 übrigens für die Leute die es noch interessiert hier 87% was natürlich vielleicht nie bei 100% sein wird je nachdem ob halt der jetzt ja Panda Noko noch dazu zählt oder halt ich vielleicht nie das eine Schwert kriege vom vom schwarzen Oni aber ja so was wollte ich jetzt noch mal also ganz kurz erstmal gucken was die Werte von ihm sind so Qubi Geruchssinn Attacken verfehlen nie das hat glaube ich andere auch schon gehabt er ist schon bei Base 200 Geist eiei also bei dem könnte man wirklich auf den Geistdämmich gehen er ist dann Feuer wo der andere Eis war okay also im Prinzip glaube ich dasselbe nur halt okay dass er halt hier noch den DHP runterzieht von den Gegnern so ähnlich wie es von Maximale Fitz der Fall ist okay aber ich bin schon mal gespannt stimmt das wollte ich eigentlich das war der eher Gedanke das Siegel zu brechen hier so hier fehlt ja noch der eine und das Siegel ist gebrochen hier das Emblem leuchtet wir rufen legendärer oh okay so so ein Feuer ja ja Komasan Koma Aura nee Komasura ich bin Komasura jetzt sind wir Freunde jetzt ist natürlich die Frage wie ich den mit ins Team nehme den habe ich auch noch gar nicht gesehen ich habe ja also der Bremensegel das wird dann Dackel sein da habe ich ja schon ein Bild davon gehabt aber den habe ich jetzt noch gar nicht gesehen gehabt müssen wir ganz kurz gucken hier ich meine ich fange ja immer bei Level 1 an da ist natürlich die Frage auf was der halt getrimmt ist Trödler und Logisch Flammenkampfgeist Kraft wächst wenn Verbündeter besiegt wird okay das ist halt das hat man von den anderen Jogai auch kennen ähm was natürlich einen Vorteil haben könnte wenn er sich ständig bufft wenn man immer wieder stirbt das ist natürlich die andere Sache so geübter Schlag ist ganz gut mit 90 Feuer ist eigentlich auch sehr gut mit 80 äh Komasura Feuer grillt seinen Gegner mit furchtendlösenden Flammen also alle treffen okay bei 150 ist nicht ganz so stark aber weil ich kenne halt andere die ja machen halt 200 und so das ist halt schon ein großer Unterschied hier und äh was Korpulenzkraft ein Gegner wird von Korpulenz erfüllt die seinen Geist stärkt was wieso der Gegner ein Gegner wird von Korpulenz erfüllt die seinen Geist stärkt warum sollte man das was was lasst denn ich glaube ich will den Wilde nicht in der Party haben warum soll er den Gegner buffen er ist auf jeden Fall Mystiker also das ist auch gar nicht wirklich was wichtiges für mich jetzt ich lasse das mal so also nicht dass ich den jetzt auch noch mit ins Team packe aber ich bin trotzdem froh dass ich ihn jetzt auch habe und ähm ich wollte jetzt noch was anderes machen oder jetzt bin ich hier wieder raus äh irgendwas wollte ich noch machen weil ich jetzt vergessen habe was wollte ich auf jeden Fall wollte ich erst mal hier wieder raus ja weil das haben wir ja hier äh jetzt geschafft vielleicht fällt mir das in der Zwischenzeit wieder ein oder habe ich schon das gemacht was ich machen wollte und habe es jetzt deswegen vergessen kann natürlich auch sein ähm warte mal ich habe alle Quests ich kann wieder ins Inferno rein theoretisch wobei das sich jetzt heute jetzt nicht mehr wirklich lohnt ähm Jucker fangen wollte ich auch nicht das mache ich ja offscreen ne eigentlich hatte ich jetzt auch alles ich werde es hinterher merken wenn ich dann wieder den Part beendet habe dann ärgere ich mich wieder ähm hm na gut ist nicht so wild nicht so wild aber ich bin auf jeden Fall froh dass das heute auch wirklich sehr gut geklappt hat wie gesagt ich habe das ja eben noch zwischen den Parts direkt gefarmt und nicht halt eine Woche dazwischen und ja na gut dann passt es ja eigentlich wirklich würde ich mal sagen für den Part es war heute ein relativ kurzer Part aber bevor ich jetzt halt hier jetzt noch ewig drei Tage überlege was ich eigentlich noch machen wollte dann kann man jetzt auch den nächsten Part noch machen läuft er nicht weg weil momentan läuft es gut jedenfalls ehrlich Jukais finde ich gut die ich fangen kann das einzige wo ich halt nur Schwierigkeiten habe ist halt äh bei denen die halt wirklich entweder sehr schwer zu finden sind und deswegen auch nicht so leicht mitkommen wollen wie zum Beispiel bei Feinschwingen hat es jetzt ewig gedauert oder halt äh dass ich halt ja daran gebunden bin jetzt auch noch Bosse zu besiegen die ein gewisses Item droppen das wird nämlich auch nochmal witzig vor allem wenn ich mir dann vorstelle wenn ich dann will dass das Item droppt dass ich dann äh Cobra Mods ja auch noch mit in der Party brauche damit sich das erhöht aber das werde ich vermutlich dann wirklich erst machen sollte ich irgendwann mal die Chance haben gegen den schwarzen Oni auch zu kämpfen so dass ich generell erstmal froh bin dass ich ihn besiegt habe und dass ich hinterher dann immer noch hingehen kann und versuche das Item zu kriegen wenn es halt dann nicht klappt dann lasse ich es halt sein weil wenn ich dann immer alle Jubeljahre mal gegen ihn kämpfen kann und dann dann dadurch noch die Chance erstmal entstehen muss dass das Item droppt dann ist es natürlich ein Mega-Glücksding und äh ja ihr wisst ja bestimmt wie es ist wenn der Boss immer gleich da wäre okay aber wenn ich auf den Boss warten muss bis der dann wieder auftaucht dann ihr wisst es bestimmt ja aber das werde ich dann sehen wie ich es dann in der Zukunft mache aber gut dann ja dann hoffe ich halt hat der Part wieder gefallen ich bedanke mich wieder fürs Zusehen ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben gerne auch abonnieren falls ihr mehr von Yukai Watt sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays nicht zu vergessen immer schon die Glocke zu aktivieren bei YouTube damit ihr keine weitere Folge verpasst und nicht vergessen dass ich jeden Mittwoch bis Samstag Live-Streamer auf Twitch falls ihr da Zeit und Lust habt würde mich freuen und ja dann sehen wir uns das nächste Mal ciao ciao